Oh Gott, es ist Billy. Kettensägen, Johnny. Ich höre es. Ja, du brauchst nicht zu mir kommen. Ich habe auch Angst. Ja, genau. Spring runter, damit er richtig weiß, wo wir sind. Wie lange sind die Jens geblockt? Hier ist einer, der ist nicht geblockt. Nein, es kommt darauf an, auf welcher Stufe du das Perk hast. Das längste weiß ich auch nicht, was es ist. Ich bin jetzt mal an einem dran. Aber der wird sicherlich hier bald angerast. Komm. Er ist bei mir in der Nähe. Baby Brace. Ja, du bist aber auch ein Blödamel. Du bist ein Blödamel. Der sprintet hier rum und springt und das war nicht gut. Und jetzt hängt er auch schon, ey. War wo? In irgendeinem Keller oder so. Und du gehst erstmal in den Schrank oder was? Alter, Schwein gehabt, dass der mich nicht gesehen hat. Alter, das war einfach nur Lack. Okay, die rettet. Danke fürs Rausschlagen. Hast du einen Schneemann oder was? Scheiße, er hat mich. Okay. Ach, scheiße. Soll mir natürlich ein bisschen Zeit den Jensen machen. Direkt am Haken. Er tritt gegen meinen Jensen. Rechts von mir. Und er geht wahrscheinlich zu uns, oder? Ähm, ja. Er kommt zu euch. Kann ich dich retten? Ja, er ist hinter der Schuss. Rechts, ja, da geht's hoch. Soll ich dich gleich heilen? Nee, nee, auf keinen Fall. Wir hauen hier ab. Wollen wir da hinten hoch, auf dieses, äh, Brett? Da, da hoch? Ja, machen wir. Den Steg. Langsam, langsam, langsam. He's coming. Wir haben nicht mal einen Jensen gemacht, ne? Oh, oh. Er ist hinter uns. Ich kann nicht. Oh. Fuck off. Das ist doch der Rennmann, oder? Ich bin auch gleich down. Alter, ab mich doch gleich. Ja, dann geh in den Schrank. Hier ist kein Brett und nix. Ja. Für mich hängt er auf, für dich nicht. Das ist schon frech. Naja, klar. Er wollte dich ja noch haben. Frech! Ey, noch kein Generator. Vor allem, das ist ja nicht mehr der schwere. Doch, der ist auch schwer. Das ist der Running Man. Also, was ich immer ein bisschen blöd finde, wenn du irgendwo runterfällst, dass die Killer nicht, äh, ein bisschen abgebremst werden. So Falling-Zeug. Ich finde, das könnten sie ruhig machen. Er wird uns sehen, ne? Danke. Let's go. Er ist halt wieder hinter mir her, der Brumsebär. Hier ist wieder keine Palette und nix. Alter. Du bist tot, ne? Ja. Ich bin tot. Das war eine kurze Runde für mich. Fuck, und der... Mich hat er irgendwie auf den Kika, oder? Der hat ja auch noch hier... Ich meine, ich hab auch direkt vor seiner Nase gerettet, aber... Ja. Der macht ja auch noch... Du musst dich heilen. Du musst dich genesen. Ja, jetzt hast du's gemacht. Oh! Oh, komm. Really? Ich hab gesehen, dass er mich kriegen will. Ich hab's gesehen, dass er reinrennt. Und der andere hat mich geheilt, und ich konnte deswegen nicht wegrennen. Ah. Na doch, wenn du auf Sprinten drückst. Ja, aber... Dann kannst du dich immer losreißen. Erheb dich gar nicht auf. Ja, warum aber er sieht den anderen? Warum... Ja, und die andere, die muss erstmal das... Achso, die segnet das Totem, damit sie dich schneller heilen kann. Na, klasse. Jetzt weiß er natürlich, wo sie ist. Ah, nee. Nein, nein. Du wirst ja gar nicht... Oh, jetzt kann der andere nicht loswiggeln. Das wär seine Chance gewesen. Nee, er wiggelt ja, aber... Oh, oh. Du hättest dich ein bisschen hochheilen müssen. Ich werd tanken müssen. Wie denn tanken? Naja, dann werd ich sterben. Warum bin ich eigentlich so blau? Na, weil das Totem gesegnet war. Ziel! Ziel! Entschuldigung. Oh Gott. Einfach gucken und ruhig bleiben. Pass auf, nee, der kommt wieder. Ja. Das war gut. Oh, das gibt es nicht. Der kann so lange ziehen. Und ehe ich mal hier diese Palette umwerfen kann. Der braucht Popel Johnny aber auch ein halbes Jahrhundert. Boah, ey, es war so gut. Also ganz ehrlich, was willst du denn noch machen? Was willst du denn da noch machen? Ich wusste, dass es ganz knapp wird. Der andere rette dich. Okay. Ihr seid alle zusammen. Boah, dieser Popel Johnny, ey. Nee, das ist das... Äh, ich find's, nee. Ey, wehe. Die eine ist im Schneemann. Wehe, er kommt jetzt hier um die Ecke. Da ist er. Vielleicht hat er auch Ruf einer Krankenschwester und sieht, wenn man sich heilt in seinem Terrorradius. Das wär schlecht. Das wär äußerst schlecht. Er verfolgt den anderen. Fuck you, Crew. Den haben wir. Den haben wir auch. Oh, oh. Da will ich nicht hin. Da ist er. Da will ich nicht hin. Alter, das war aber echt unfair. Der hat ihn eigentlich gesägt. Er hat ihn eigentlich gesägt und es hat ihn nicht getroffen. Naja. Jetzt bin ich im Keller. Ich bin im Schneemann. Gott, Zeit im Keller. Der hält ihn so gut auf. Ja, das heißt, wir müssten eigentlich in der Zeit... Er hat ihn aber gleich... Oh, er hat daneben geschlagen. Verwut. Jetzt müssten wir mal Gens machen in der Zeit. Gott, wo ist denn hier mein... Ja, sie eine ist an einem Gen. Ja, ich renne hier wie wild rum. Ups. Komm. Nee, wir machen den zusammen. Warum hat sie jetzt da daneben getroffen? Nee, war keine Ahnung. Sie wollte mir irgendwie zeigen, hau ab, du Blödhammel. Weil ich da runtergesprungen bin, ist es natürlich immer richtig schön. Was macht denn der andere? Der macht das richtig gut, oder? Ja, er hält ihn... Der verfolgt ihn, aber er hat ihn, denke ich, gleich. Oh, er hing am Stein... Er hing am Stein fest. Er hing am Stein fest. So eine Scheiße. Okay, ich bin dann tot. Also, der ist tot dann. Ah. Ja, ich bin dann auch tot. Das heißt, wir müssen... Versteck dich jetzt. Versteck dich, da wird er bestimmt hinkommen. Ich muss den Schneemann. Du hast keinen Schneemann. Doch, da ist einer. Auf jeden Fall. Und... Hops. Bleib. Ich glaube, er hätte ich wahrscheinlich gesehen. Hau ab. So geil, oder? Fifty-fifty, wen er zuerst zieht. Sehr gut, Schatz. Gut ausgetänzelt. Da ich sage dir, da ist wahrscheinlich nichts mehr. Alter. Doch, da ist noch eine Palette. Er hat ja gleich eine... Ja, ja. Was anders kann er es nicht. Weil er mich anders nicht kriegt. Da ist doch eine Palette. Die andere macht einen Gen. So, jetzt bin ich nämlich ultra schnell. Nein, du hast tatsächlich diesen Perk genommen. Wie geil ist das denn? Boah! Alter! Alter, Lass! Oh Gott, Schatz. Da ist eine Palette. Lissi! Wo ist er denn? Schatz, ist zu unsicher. Ist zu unsicher. Ist mir zu unsicher da? Was? Oh mein Gott. Alter, komm. Alter, da war er wirklich... Aber jetzt kann er, jetzt muss er... Ah, jetzt macht er natürlich das kaputt, damit er mich raustragen kann. Alter, du hast das so gut gemacht gerade. Ist doch richtig spannend. Da kommt er nicht raus. Hier auch nicht. Aber da oben ist es schon. Scheiße. Mist. Aber das er mich da erwischt hat, also ich habe es extra so gemacht, dass diese fette Balken... ...kacke dazwischen ist. Ist das denn zählt? Ist sie in einem Schrank? Ja. Echt? Ja, jetzt. Sie war die ganze Zeit am Jen. Das ist natürlich clever. Nur halt wegen Barbecue. Oh, ich kriege was. Ja, weil du aus dem Ding rausgeschlagen wurdest. Oh, das war dumm, da runterzufallen. Oder? Nö, das hört er nicht als Knall. Nur wenn er halt in der Nähe ist, hört er das halt aber. Ach, nur dann? Ja. Oh, oh. Oh. Da ist er wieder weg. X, X, Babydoll, X. Da ist der Schneemann. Also mit dem Schneemann ist schon cool. Finde ich auch. So als kleines Backup. Ja, coole Mechanik. Da ist sie irgendwo. Da ist er. Unten drin, jetzt links rein. Geil. Jawohl. Ciao. Ciao, Marco Rao. War eine spannende Runde dann. Sehr spannend. Also für mich jetzt nicht so mega, weil ich ziemlich schnell gelöst habe. gestorben bin. War gut zusammengespielt, ne? Ja, Babydoll, ne Level 1. Klar. War auch Beste. Ja, guck mal. Ich hab nur fast 5000 Punkte mehr. Hab ich nicht. Sehr schlimm. Spielmonus. Ist nicht gut. War Walking House mit demoque? War im